Einen Blutständer. Schwestern, ich habe mich angemeldet wegen dem... ...Handzapfen. Brunschweiler Urs. Brunschweiler. Wie Gruppe. Nein, ich bin alleine da. Da kommen noch andere. Ah ja, dann warte ich einfach hier. Sie können mir nur rufen, ich habe alles bei mir. Was ist, Schwester? Was muss ich den Ärmel nach hinten schieben? Woher gibt es doch Arbeit? Und vielleicht muss ich den Blutkasten vom Keller heraufholen. Ja, Schwester, gehen Sie mit dieser Nadel weg. Ja, gehen Sie mit dieser Nadel weg. Ja, sonst stecheln Sie dann auf. Ja, Sie sind ein Schwingelseher. Was wollen Sie? Wo wollen Sie hineinstechen? Wo? Hier wollen Sie hineinstechen. Hier! Direkt beim Scharnier. Wenn Sie dann die Röhre nicht treten lassen. Also ich kann nicht zusehen. Nein, Schwester, also ich kann nicht zusehen. Oh! 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 Schwester, es hat aber geheils schon auf dem Zettel. Aber es gäbe euch Wurst und Brot? Geben Sie mir das jetzt, nachher mag ich das nicht mehr.